Er kommt in die Käsplatte. Liebe Freunde, liebe Massenmedien, liebe Fakos, Fakritschiki, Fakrinius und Fakons. Herzlich willkommen an dieser Demo. Das erste Mal von Leuten. Ich möchte ganz kurz etwas sagen, bevor ich euch eigentlich das Tagass auf die Bühne bitte. Das ist, wenn wir in dem Moment jetzt atmen, wo wir da spüren, es kommen Zeiten, schon morgen oder heute Abend, wenn man den Blick lesen, wird es heissen, es ist ein Misserfolg. Trotz Taggast haben wir nur so viele Tausend, oder weniger, wahrscheinlich 200 Leute auf den Platz gebracht. Und es wird alles machen, um uns einsam zu fühlen. Es wird mehr Tote geben, wenn die nächste Grippe kommt. Und wenn es mehr Tote gibt, wird das Trauma noch mehr geschürt werden, weil man wirklich nicht nur Fälle hat, sondern Leute, die tragischerweise an einer Grippe ähnlichen, Viruserkrankung, sterben. Atemwegserkrankung sterben. Und darum, es kommen Zeiten, wo sie dafür verboten sind, auf dem Platz stehen. Ihr werdet lesen in den Kommentaren, dass wir Spinner, Verschwörungstheoretiker, Antisemitismus sind, decken dran. Das ist nicht wahr. Sie werden uns einsam fühlen lassen. Wir sind es nicht. Die Leserkommentare werden gelöscht. Es werden weg. Es werden zum Teil einfach Sachen gepusht, die nicht wirkt, die nicht entspricht und die Realität abbilden. Und das ist ganz wichtig, wenn es in den Winter geht. Wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein. Und wir haben ganz viele Stimmen. Roger Bindl, Oktika Weich, die hierher stehen. Jeden Tag werden wir hier sein. Die werden streamen, machen, tun und lernen, wie wir nur können. Und ich hoffe, wir tun das auch auf sozialen Medien. Wir werden nicht Mühe entgegeben. Es hört nicht so bald auf, wie wir denken. Aber es ist ein Marathon, wo ich angefangen habe, denke ich, jeden Tag zählt. 500 Millionen, für uns jeden Tag. Jetzt habe ich gewerkt, es ist ein Marathon. Es kann noch ein Jahr gehen, es kann noch zwei Jahre gehen. Wir müssen aufhören. Und wir haben den auch. Beweisen sind alle hierhergekommen. Und wir werden das so weitermachen. Und jetzt, zum eigentlichen Stargast, darf ich mich führen bitten. Ich möchte gerne mit auf die Bühne kommen. Danke vielmals. Ich bin mir. Ich erkenne Sie alle vom Blick und auch von Stricker TV. Herzlichen Dank. So, Melanie, wir wollen sicher ein paar Sachen klarstellen. Hast du etwas vorbereitet? Hallo zusammen. Hallo zusammen. Also, wieso ich dastehe? Ich habe nicht reden und laufen gelernt, dass ich schlussendlich auf gut Deutsch die Schuldigung Schnorra halten muss und kräuchen muss. und ich gehe auf Menschen zu und rede gerne über Probleme. Wir haben viele Probleme in dieser Welt. Ich weiss gar nicht, wo anfangen, fangen wir an mit dem Menschenverachteten System. Bevor wir zu Corona kommen, werden sie auch an den Menschenverachteten alle fünf Sekunden verwungert das Kind. Wir schiessen tonneweiss, essen wir. sind wir wieder auf? Ich weiß, dass wir uns jetzt schon mal Tschüss. Die drei größten Industrien sind Rüstung, Pharmaindustrie, Alkohol und Tabak. Das sehen alles über uns Menschen aus. Ich finde es schlimm, wie viele Donneweiss essen wir vorzuschießen und auch für fünf Sekunden verhungert ein Kind. Was wir mit den Tieren machen, muss ich gar nicht erwähnen. Der Mensch wird überall hineinfunken. Sogar in der Natur. Aber kommen wir jetzt zu Corona-Massnahmen. Bei mir hat alles angefangen, als ich den Vortrag von Bill Gates gesehen habe. Bill Gates hat ganz klar gesagt, wir werden 7 Milliarden Menschen impfen. Dani, korrigiere mich, wenn ich etwas falsch sage, bitte. Jetzt sind es die Leute verhaftet. Nur zu sagen, auf dem Van vorne, weil es dort steht, ist dick gestandene Laufband, eineinhalb Meter Abstand oder Maske. Und nach zwei, drei Viertelstunden haben sie plötzlich eine andere Idee gehabt. Das ist dann ihre Schnapsidee, noch plötzlich andere Regeln zu machen. Das ist die Abstand. Das ist die Abstand! Das ist die Abstand der Polizei. Also, das ist die Abstand der Polizei, der Polizei. Ihr habt ein Eid geschworen, wo sehe ich das? Ihr geht gegen besorgte Bürger, besorgte Bürger, die hier für ihre Grundwerte und die führen sie ab. Es ist wichtig, dass wir friedlich bleiben. Die Provokationen sind gewollt. Wenn er einen einzig von den Nerven verliert, ist er nicht im Blick. In Berlin ist nichts passiert. Da hat sich ein paar Leute aufgerannt und es hat den Reichstag gestürmt. Wir wissen, die Fähigkeiten sind überall und breit. Sie wollen die Provokation. Sie machen es bewusst, sie wollen einschüchtern, dass nächstes Mal weniger kommen und nächstes Mal mehr kommen werden. Wir wissen, wie ich zu diesem Ganzen gekommen bin, wegen Bill Gates. Er hat gesagt, er möchte sie werden. Sieben Milliarden Menschen auf dieser Welt impfen. Ich frage mich ganz ehrlich, ist er Arzt? Ist er Virolog? Was ist er? Er hat nur Geld. Und diese Investitionen. Er investiert ja alles. Tabak, Alkohol, Coca-Cola in Rüstung. Also würde es ihm um unsere Gesundheit gehen und wäre mir ja so wichtig, dann würde er ja nicht so widersprüchliche Investitionen führen. Oder nicht? Also er könnte ganz Afrika aufbauen. Und er müsste nicht alle fünf Sekunden ein Kind verhungern. Also ich verstehe das nicht. Aber es geht ihm ja um unsere Gesundheit. Und darum müssen wir uns ja alle impfen. Bitte, hinterfragt das. Machen Sie es! Eben. Es ist alles sehr emotionalisierend jetzt. Was wichtig ist, wir bleiben täglich auf Sendung. Und ihr teilt alles. Jede echte News, die ihr im Internet seht, dann einfach teilt. Nerven eure Familie, nerven eure Freunde. Und nerven eure Faktos, wenn ihr nur könnt. Denn die Städter Tropfenhöltenstein. Und jetzt gemerkt, die Messer wird jetzt vorgemacht. Die Städter Tropfenhöltenbierne. Es hat geklappt. Jetzt müssen wir zeigen, dass wir Kinder mit der richtigen Information empfüllen können. Danke vielmals. Ich möchte noch etwas loswerden, weil ich genau weiss, dass viele Journalisten einen Blick auf mich werfen. Meine politischen Ansichten sind ganz klar. Alles, was Menschen und Tiere töten und unser Planet zerstört. Ich bin nur gegen das. Gegen nichts anderes. Ich bin nur für die Welt. Ich bin nur für die Welt bekommen. Ich bin nur für die Welt.